In dem ich die Feder ergreife, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen denn auch gewachsen bin. Ja, vor so einem dicken Roman kann man schon mal Bammel haben. Aber weißt du was, Felix? Du kriegst jetzt von uns einfach eine To-Go-Version, dann kennst du dich besser aus und kannst deine Memoiren ganz einfach runterschreiben. Ja, aber irgendwas stimmt da logisch, nicht ganz. Seit wann hält Logik dich von einer guten Performance ab? Und damit herzlich willkommen zu Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann. Die allerwichtigsten Figuren sind Felix Krull, das ist er in Jung, ein attraktiver, verspielter, selbstverliebter junger Mann mit perfekten Manieren und Waden wie Hermes der Götterbote. What? Ne, dessen erster Mentor und Pate der Maler Professor Schimmelprester ist, wobei Professor gemogelt ist. Während die professionelle Liebesdienstleisterin Rosa seine erotische Mentorin wird. Die bei ihr erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten setzt er dann erfolgreich bei der crazy Schriftstellerin Madame Hupflet ein. Und die wiederum setzt ihn materiell in die Lage, die nähere Bekanntschaft des netten Marquis de Venosta zu machen, mit dem er die Rolle tauschen wird. Dabei lernt er dann einen dritten Mentor, nämlich den Paläontologen, also Altertumswissenschaftler Professor Kuckuck kennen, der eine coole, naja, eher zickige Tochter namens Susanna, genannt Susu, und eine stolze iberische Ehefrau namens Maria Pia hat. Im Doppelpack sind die beiden die perfekte Frau. Thomas Mann arbeitet über 40 Jahre an diesem ersten Teil des Romans und veröffentlicht ihn dann 1954, ein Jahr vor seinem Tod, weshalb er, obwohl sehr dick, ein Fragment verbleibt. Also, der Roman ist dick. Thomas Mann war nie dick. Los geht's mit Felix, Kindheit und Jugend in einer fiktiven Kleinstadt am Rhein. Ja, mein Vater liebt das Leben und Frankreich. Deshalb stellt er Champagner mit dem wunderschönen Namen L'Orlai Extra Cuvée her, der nur leider extra scheußlich schmeckt. Ach, was soll's, wir machen eine Fette! Wobei Mutti und Felix' ältere Schwester Olympia kräftig mitfeiern, hi 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 hi, und Pate Schimmelprester ihn immer in Kostüme steckt. Ja, um ihn zu malen und weil er so ein Kostümkopf hat. Ich liebe diese Rollenspiele. Vor allem in der Schule spiele ich sehr gerne krank, weil ich sie hasse, weil ich was Besonderes bin. Einmal lässt mich Papa sogar öffentlich als musikalisches Wunderkind auftreten, obwohl ich überhaupt keine Geige spielen kann. Ja, aber Felix ist ein genialer Schauspieler. Apropos, wir gehen mal in die Operette. Da ist Felix gerade 14 und total begeistert. Wie schön und elegant dieser Hauptdarsteller Müller-Rosé ist, das ist Wahnsinn, bis er ihn später in der Garderobe beim Abschminken sieht. Boah, das ist ja voll das verpickelte, rothaarige Ekelpaket. Krass, die Welt will betrogen werden. Zu den Lektionen seiner Jugend gehören vor allem noch zwei Dinge. Naja, ich würde sagen, dass ich ein Künstler bin. Zum Beispiel klaue ich ganz künstlerisch, also ich entwende regelmäßig Süßigkeiten im Feinkostgeschäft. Und apropos süß, auch im Bereich der Liebeslust bin ich extrem begabt. Ich nenne es die große Freude, die ich natürlich erstmal allein erlebe. Dann aber mit unserem Zimmermädchen Genoveva zu erkunden, das Vergnügen habe. Oh, Herr Krull. Leider jedoch bemerken die Sektkunden den Geschmack von Loreley Extra Cuvée. Nein, ich bin pleite, was zwei Konsequenzen hat. Ups, ich kriege keinen Schulabschluss und ich kriege keinen neuen Job, worauf Papa sich erschießt. Aua, nein. Nachdem der Wohlstand also perdu ist, macht Pate Schimmelprester folgende Ansage. Olympia, du gehst zum Theater. Jawohl. Mutti Krull, jawohl. Du machst eine Pension auf. Ja. Felix, du machst eine Hotellehre in Paris. Wow, das ist ja super. Bevor Felix jedoch nach Frankreich darf, muss er mit Mutti erstmal nach Frankfurt. Ja, ich helfe ihr hier die Pension aufzuziehen und oh, was für ein wunderschönes Geschwisterpaar. Die sieht er einfach im Vorbeigehen auf einem Hotelbalkon. Schöne Menschen im Doppelpack. Das ist das heißeste, was es gibt. Jetzt aber muss er sich erstmal dem Ernst des Lebens stellen. Militärdienst? Das wollen wir doch mal sehen. Und er bereitet sich intensiv auf seine Musterung vor und geht sehr selbstbewusst rein. Ich bin vollkommen diensttauglich. Das entzieht sich ihrer Beurteilung. Gewisser Generalarzt unterzuckt so. Was ist? Krankheiten? Keine. Schule? Auch nicht. Ich meine, kein Abschluss. Wieso? Ganz selten hatte ich mal Migräne. Aha, und der Vater, Sektfabrikant, als Alkoholiker gestorben. Nein, der ist kirchlich bestattet worden. Und er kriegt einen hübschen epileptischen Anfall und er sagt, ausgemustert. Nein, bitte nicht. Oh doch, weggetreten. Und er so, yes, ich hab's geschafft. Nach diesem schauspielerischen Erfolg macht er noch die Bekanntschaft der Horizontalunternehmerin Rosa. Wow, ich hab mich völlig verausgabt. Und obwohl sie fast nie reden, bringt sie ihm ungeheuer viel bei. Und ein paar Monate lang kümmere ich mich sogar um sie. Und sie beteiligt mich an ihrem Umsatz. Nach diesem intensiven, bezahlten Praktikum ist es Zeit für den Aufbruch nach Paris. Dies, endlich die große Welt. Ich liebe es, Französisch zu parlieren. Und wie durch Zufall findet am Zoll sogar das Schmuckkästchen einer Dame in meinen Koffer. Im Hotel allerdings lässt ihn Direktor Stürzli erstmal ganz unten anfangen. Und das auch nur, weil ihr Vater ein alter Freund von mir ist. Sie sind jetzt Liftboy und heißen Armand. Magnifique, quel honneur. Hören Sie auf mit der Poesie, ich bin allergisch dagegen. So sieht Felix Armand jetzt aus. Er genießt das alles, verkauft den Schmuck vom Zoll mit Hilfe eines Kollegen. Aber dann trifft er die dort beklaute Dame im Hotel wieder. Ja, es ist Madame Hupfli. Schluck, aber sie glüht ihn so an. Ah, der neue Armand. Kann ich Ihnen helfen? Und er trägt ihre Einkäufe aufs Zimmer und hilft dir aus dem Mantel. Du entkleidest mich, kühner Knecht. Äh, jetzt nicht. Aber um elf habe ich Feierabend. Ich erwarte dich. Und tatsächlich kommt es zu einem erotischen Encounter, bei dem er ihre speziellen Vorlieben kennenlernt. Ich bin nämlich Schriftstellerin, du junger Teufel. Nenn mich Hure. Und er so, auf keinen Fall. Übrigens habe ich dich beklaut. Ha, du Dieb. Na los, raub mich aus. Klau mir alles. Und sie findet es geil, dass er Geld und Schmuck mitgehen lässt. Damit hat er jetzt richtig Kohle, kleidet sich in seiner Freizeit erstklassig und geht gern mal aus. Zum Beispiel in den Zirkus, wo diese atemberaubende, unmenschliche Trapezartistin Andromach herumfliegt. Es ist der Wahnsinn. Aber das ist nur ein Doppelleben. Er arbeitet weiter im Hotel, wo er allerdings zum Kellner befördert wird. Das ist nett, aber auch nervig, weil sich ständig Gäste in mich verlieben. Zum Beispiel diese Engländerin Eleanor Twentiman. Say that you love me. Oder der Lord Kilmarnock. Werden Sie mein Kammerdiener. Ich adoptiere Sie auch. Thanks, but no thanks. Ich will mich noch nicht binden. Unter anderem lernt er im Restaurant auch den charmanten luxemburgischen Marquis de Venosta kennen, der von seinem Doppelleben erfährt, ihn nämlich elegant gekleidet in der Stadt trifft und sagt, Armand, das gibt's ja nicht. Wenn man Sie so sieht, wirken Sie total wie Oberschicht. Das sind Sie in Wahrheit auch, oder? Ach, wissen Sie. Ja, wir haben's auch nicht leicht, ne? Meine Eltern wollen mich enterben. Wenn ich mich nicht von meiner Künstlerfreundin trenne, deshalb muss ich jetzt auf Weltreise. Mensch, Sie armer, das kann Ihnen kein Mensch abnehmen. Nee, obwohl, äh, machen Sie das doch statt mir. Das wäre perfekt. Nein, auf keinen Fall. Na ja, okay. Und bang, hat Felix seine wahre Bestimmung gefunden. Er wird zum Marquis de Venosta, lernt dessen Unterschrift, Details aus seinem Familienleben, bekommt die Kohle von ihm, kündigt im Hotel und tritt die Weltreise an. Im Zug nach Lissabon, wo sein Schiff abgehen soll, trifft er im Speisewagen Professor Kuckuck, der ihm einen bewusstseinserweiternden Vortrag hält. Der hat auch so Sternenaugen wie Zeus, der Göttervater. Kurze Geschichte der Menschheit. Wir kommen aus dem Nichts, wir gehen dahin zurück, aber gerade diese Vergänglichkeit gibt unserem Leben Wert, Würde, Liebenswürdigkeit. Deshalb müssen wir alles Leben lieben, all Sympathie. Ich liebe es, Wahnsinn. In Lissabon wohnt Felix, äh, der Marquis, natürlich im besten Hotel und ich schreibe meinen lieben Eltern und melde mich beim Luxus, äh, luxemburgischen Gesandten. Oh, was ist das denn für ein entzückendes Doppelpack von Mutter und Tochter? Entschuldigen Sie, Medam, wissen Sie vielleicht, wo es zum Haus von Professor Kuckuck geht? Und sie so, hihi, ich bin Signora Kuckuck. Oh, sehr erfreut. Ich glaube, ich muss meine Abreise etwas verschieben. Das macht er auch, wie er seinen Eltern brieflich mitteilt. Naja, ich bin hier in der besseren Gesellschaft angekommen, ja? Erst bei unserem Gesandten, der mich dem König von Portugal vorgestellt hat, der sich totgelacht hat, als ich ihm die Story erzählt hat, wie dein Schoßhühnchen dich vollgekotzt hat, Mama. Ich, ich hab sogar einen Orden dafür gekriegt. Das stimmt zwar, in Wahrheit aber arbeitet er an der Eroberung von Susu Kuckuck. Die ist echt lecker, ne? Aber sarkastisch wie ein Kaktus. Die Liebe ist generell eine Schweinerei. Aber Tennis spielen Sie mit mir, oder? Und ich hab sie übrigens gezeichnet. Was? Geben Sie mir die Bilder! Aber erst mal hängt er viel bei den Kuckucks rum und besucht mit ihnen eine Corrida, also einen Stierkampf. Muuu, aua! Dieses Gemetzel ist echt fies, ne? Aber ästhetisch sehr erregend. Damit meint er vor allem Susus Mutter, Maria Pia. Aber die Tochter so, hallo? Geben Sie mir jetzt endlich mal diese Bilder? Ja, okay. Und das sind ein paar Aktzeichnungen, die eigentlich vom echten Venosta stammen, wo Felix nur Susus Kopf ergänzt hat. Und sie so, waaah! Sie zerreißt sie. Und er so, ich wusste es. Dann jedoch fällt sie ihm um den Hals. Und er so, hä? In dem Moment kommt natürlich Maria Pia. Und sagt, was ist denn hier los? Auf dein Zimmer, Susu! Och, Menno, ich kann Ihnen das erklären. Was fällt Ihnen ein? Susu ist verlobt. Und überhaupt, was wollen Sie mit dem Kind? Ein Mann braucht doch eine richtige Frau. Und er so, ole! Und sie versinken im Reich der Wonne. Ende. Verbindlichsten Dank für diesen Überblick, über diese Wechselfälle meines Schicksals gern. Und weißt du was, Felix? Jetzt packst du das Ganze noch in eine Sprache irgendwo zwischen Thorsten Sträter und Joachim Lambi. So exzentrisch, gestellst, übertrieben. Das wird richtig lustig. Und das, liebe Gemeinde, war Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll von Thomas Mann. Vielen Dank.